Hallo und herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und ich werde erst Battle Royale spielen und danach Clash Squat. Das ist eine Vorproduktion, also deswegen keine Geburtstagsgrüße. Trotzdem einen herzlichen Glückwunsch an alle die heute Geburtstag haben. Und da geht die erste Runde los. Battle Royale. Schauen wir mal, wie gut wir uns diesmal schlagen. Ich habe wieder meinen Lowsten Charakter genommen, den ich habe. Level 1. Das ist das ausgewählte Outfit, was ich für heute habe. Schon mal zwei Spieler hier. Es wird spannend. Ich mache das wie immer, ich darf nur die Sachen einsammeln, wo der Computer mich hinschickt. Oder wenn ich jemanden kille. Und Waffen darf ich nicht wechseln. Wo gehen wir hin? Wo sind wir nicht Leute anfangen, wo ich die 20 Sekunden warten muss, kann? Ich denke, Fabrik, obwohl da gehen immer viele hin. Glockenturms sind auch noch mehr. Fabrik, dann gehen wir da hin. Ich glaube da sind nicht so viele Leute. Ah, da ist schon einer. So. Mal kurz verstecken, ein bisschen rumlaufen. Da ist ein Pilz, den kann ich schon mal essen. Da läuft einer. Okay, da ist das erste einzusammeln. Und natürlich Geld darf ich auch mitnehmen. Was ist das? Ein Pilz. Ein Pilz. Ein bisschen verstecken hier. Okay, da ist ein Rucksack, den ich mir einsammeln darf. Ich höre einen laufen. Okay, hier ist wahrscheinlich jetzt Rikki, ich kann wahrscheinlich, muss wahrscheinlich noch was anderes einsammeln. Sonst komme ich da nicht hin. Aber hier war schon einer. Jetzt schon einer, alles eingesammelt. Okay. 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 Jetzt habe ich auch zu sehen. Noch was anderes eingesammelt, wo ich geflüchtet bin. Okay. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie die jetzt hier weiterspielen. Gut gespielt. Gut. Der hat mich erschossen. Ich dachte, das war der andere, der reingesprungen ist. Okay. Gut gespielt. Schauen wir mal, wie die weiterspielen hier. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Da ist die Drohne. Da ist einer. schon so ein spannendes match hier gleich am anfang das hat der tor genau meine lieblingswaffe final kampf hat man ja gerade gesehen drei schuss dauerlisar wenn man trifft weil dann eben schießt brauchen vielleicht ein paar schüsse mehr geben wir den ein like der hat neun kill schon er spielt genauso wie ich eigentlich auch spiele mit der torg ist mit nahkampfwaffe und mit einer sniper obwohl das ist die augs ist kein richtiges sniper würde ich sagen das ist glaube ich ein sturmgewehr was richtung sniper geht da läuft er da rum und er hat ihn gesehen beide haben sich gesehen jetzt laufen sie sind ne doch nicht ach so wie der spielt wird mir schlecht immer schnell hin und her kann ich überhaupt nicht ab ja da ist einer der ist runtergerückt bitte erschießt den einer ich brauche eine andere perspektive ich wacke vielleicht auch ein bisschen aber das ist ja richtig extrem da oben auf dem dach und da kommt einer mit dem auto angefahren so gut nice da war mein mein grab sage ich mal meine loot box keine ahnung keine zeit herzlichen glückwunsch will bml beim nächsten mal bitte nicht so doll wackeln da kann man sich das auch besser anschauen ok wir gehen weiter zum cs also dann bis gleich und die nächste runde des cs geht los habe ich mich an übrigens habe ich mich jetzt so unbenannt ich heiße nicht mehr red buttock ich heiße jetzt so red dog gamble also 3 gegen 4 jetzt war zwei gegen vier Deiner ist rausgegangen Zwei gegen Einer gegen vier Achso Die Toten werden auch so grau hinterlegt Okay gut, also drei gegen vier Okay Jetzt holen wir uns das nächste raus Es wird Arrüstung So, ich bleib bei der Pistole Ich probiere jetzt als erstes Die Truhe einzusammeln Das ist ein paar das war kann schon zeit verzöger grad ja der sound machen wir jetzt wird eine schlechte runde ein 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 jetzt ist einer down ob es nicht mein kill war aber ein bisschen schneller laufen ein Oh! Okay. Nice. Haben wir es doch noch geworbt. Ein Sieg zuhören. Erstmal die Spritze nehmen. Reparaturkits zwei Stück. Das ist ein Sieg zuhören. 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 Wo sind die anderen? Das ist ein Sieg zuhören. Waren die? Ich hab die gar nicht gesehen. Ein Sieg zuhören. Das ist ein Sieg zuhören. Der ist Kalf und das geht. Geht! Ah! Yippie! 3-3! Das wird ja doch noch spannend! Das wird doch spannend! Letzte Runde! erste Runde. Bis zum skull! ja gewonnen wir haben ja doch noch gewonnen ein zügig muss doch heute er wird wahrscheinlich der letzte sein weil es ja heute eine vorproduktion aber wir haben es geschafft super 3000 gegner waren alle schlechter als ich nur da eine mit kamera verbessert sich gut dann würde ich mal sagen das war's für heute ich sage danke für das zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal seid bis dann mit euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss tschüss